Seiten wie Flightradar ermöglichen uns mittlerweile echt total einfach, alles ganz genau im Blick zu behalten, was über uns so durch die Gegend fliegt. Und ab und zu kommt dann halt auch mal ein Flug vorbei, bei dem man sich dann wundert, warum jetzt gerade dieser Flugzeugtyp diese Verbindung fliegt. Auf Instagram hat mir letztens ein Zuschauer aufgrund eines solchen Fluges geschrieben. Und deswegen klären wir heute mal ganz kurz und knapp die Frage, warum denn ab und zu mal ein Airbus A380 von beispielsweise Frankfurt nach München fliegt. Viel Spaß! Und damit hallo und ganz herzlich willkommen. Ich hoffe, es geht euch gut. Wie eben bereits gesagt, geht es bei diesem besonderen Flug um einen Airbus A380 der Lufthansa, der die Verbindung von Frankfurt nach München geflogen ist. Ein bisschen unüblich, denn normalerweise findet man auf diesen Strecken bei dieser Fluggesellschaft ja eigentlich Maschinen der A320 Familie. Und da dachte ich mir, das ist doch eigentlich ein ganz guter Aufhänger, um einfach mal ein bisschen über sogenannte Ferryflüge und das Flugnummersystem bei der Lufthansa zu sprechen. Denn das Wichtigste direkt mal vorweg, dieser A380 Flug auf der Strecke von München nach Frankfurt, Nee, andersrum, von Frankfurt nach München, das ist kein Flug, den man ganz normal bei Lufthansa im Flugplan findet. Dementsprechend befanden sich auf diesem Flug auch keine Passagiere an Bord. Ich weiß jetzt natürlich nicht ganz genau, wie viele Leute da jetzt wirklich dabei waren an diesem Tag. Eventuell hat man da eine Lufthansa-Crew außerdem mit nach München genommen, die dann von dort aus direkt weiterfliegen sollte, obwohl man das normalerweise auch so nicht regulär plant. Also die werden normalerweise als Passagier ganz normal auf einem normalen Lufthansa-Flug nach München geschickt. Aber sowas kann spontan durchaus schon mal entstehen. Viel üblicher ist es allerdings, dass an Bord solcher Flüge dann wirklich nur zwei Piloten zu finden sind, die man eben benötigt, um das Flugzeug zu bewegen. Viel mehr lässt sich an der kurzen Flugroute gar nicht unbedingt erkennen. Die Reiseflughöhe von 21.000 Fuß wurde höchstwahrscheinlich einfach aus dem Grund gewählt, weil sich auf der kurzen Verbindung nach München nicht mehr wirklich viel mehr lohnt. Ein bisschen was wäre zwar noch gegangen, allerdings blieb der A380 hier in diesem Fall auch nur etwas mehr als fünf Minuten auf seiner Reiseflughöhe. Ist also kaum der Rede wert. Viel interessanter ist da die Flugnummer. Und da kann man erkennen, das ist eine Flugnummer, die unüblicherweise vierstellig ist und mit einer neuen beginnt. Unüblich aus dem Grund, weil an Lufthansa Langstreckenflugzeugen normalerweise immer eine dreistellige Flugnummer dran klebt. Aber gut, ihr merkt schon, dahinter steckt so ein bisschen System. Lufthansa Langstreckenflüge, da bleiben wir jetzt einfach mal, nach Nordamerika haben beispielsweise dreistellige Flugnummern, beginnend mit einer 4. Lufthansa Langstreckenflüge nach Südamerika und nach Afrika haben eine dreistellige Flugnummer, beginnend mit einer 5. Der Nahe Osten bekommt bei Lufthansa dann dreistellig mit einer 6 vorneweg und in den fernen Osten geht es dreistellig mit einer 7. Ja, und damit hat man tatsächlich doch schon mal alle Nummern von 300 bis 799 durch. Alles davor, also die Nummer 1 bis zur 399, weil ab 400 beginnt dann ja wieder Langstrecke nach Nordamerika. Alles davor ist innereuropäisch von und nach Frankfurt. Und alles danach, also ab der Ziffer 800, ist dann auch wieder innereuropäisch von und nach Frankfurt. Das geht dann hoch bis zur nächsten interessanten Grenze und die liegt, soweit ich weiß, zum aktuellen Zeitpunkt bei 1499. Das wäre die letztmögliche Flugnummer für einen innereuropäischen Flug von oder nach Frankfurt. Beziehungsweise ist gar nicht richtig, da lässt sich noch mehr dran erkennen, weil 1499, das heißt eine ungerade Endziffer, das bedeutet, das ist ein Flug zurück nach Frankfurt. Denn weg aus Frankfurt geht es immer mit einer geraden Endziffer. Das lässt sich also auch noch daran erkennen. Über dieser Grenze bei knapp 1500 geht es dann erst wieder weiter mit 1600 bis, soweit ich weiß, aktuell 2799. Kann aber auch durchaus sein, dass sich das mittlerweile mal geändert hat. Das sind die europäischen Verbindungen von und nach München. Und damit sind wir für den normalen Lufthansa-Flugbetrieb ja tatsächlich auch schon mit allen Optionen durch. Jetzt kommen Besonderheiten, zu denen ja eben auch der anfangs erwähnte A380-Flug von Frankfurt nach München zählt. Und wir haben ja eben schon gesehen, der hat eine vierstellige Flugnummer, beginnt mit 9, danach kommt auch noch was Hohes. Also wir können uns merken, von 9800 bis 9999, darunter sortiert man bei Lufthansa die sogenannten Spezialflüge. Das können zum einen Trainingsflüge sein. Also wenn ihr bei der Lufthansa in der Pilotenausbildung seid und irgendwann mit der Citation durch die Gegend fliegt, also eure fortgeschrittene IFA-Ausbildung habt, dann habt ihr so eine vierstellige Flugnummer, beginnend mit einer 9. Oder das können eben auch Technikflüge sein und das war dieser A380-Flug höchstwahrscheinlich. Denn wenn man mal auf Flightradar schaut, dann findet man heraus, okay, das Ding ist ein paar Tage davor nicht geflogen, also das Teil war ein paar Tage länger in Frankfurt. Und ich bin kein Insider, ich weiß jetzt nicht genau, wie lange der A380 dort in Frankfurt war, aber Lufthansa hat halt eben ihre A380 Maintenance in Frankfurt, ihre Wartung für diesen Flugzeugtypen in Frankfurt. Das heißt, da wurde irgendein Check, irgendeine Reparatur durchgeführt und danach wurde ganz einfach die Maschine mit einem Ferryflug wieder zurück an ihren Stationierungsort gebracht. Und das ist für einige Lufthansa A380 mittlerweile eben München. Solche Ferryflüge aus technischen Gründen, wie das jetzt hier der Fall war, die müssen aber immer gar nicht unbedingt so ungewöhnlich kurz sein. Also hier bei der Lufthansa ist das natürlich irgendwie so ein kleiner Spezialfall, weil die haben ihre Wartung in Hamburg, in Frankfurt haben sie viel, in München haben sie ihr Drehkreuz, also das ist alles recht dicht beieinander. Aber bei anderen Fluggesellschaften, gerade bei kleineren Fluggesellschaften, kommt es eben ganz oft darauf an, mit welchen Unternehmen diese Airlines ihre Verträge haben, wo es gerade am günstigsten ist. Und dann kann es auch durchaus mal zustande kommen, dass die Maschine zur Wartung nach China fliegt. Obwohl das eben so überhaupt nicht im Flugplan steht, das Ganze dann wie gesagt als Ferryflug ohne Passagiere. Oder die Dinger fliegen zum Lackieren auf einmal nach Irland oder irgendwo nach Osteuropa. Oder werden einfach mal zwischen Stationen hin und her bewegt aus operationellen Gründen, auch das können sogenannte Ferryflüge sein. Oder auch ganz beliebt bei einem Flugplanwechsel, also bei dem Wechsel von Winterflugplan auf Sommerflugplan beispielsweise. Oder wenn die Fluggesellschaft ganz einfach eine neue Flugroute in ihren Flugplan aufgenommen hat, dann fliegt man eben mal komplett leer hin, ohne Passagiere und dann aber volle Hütte wieder zurück oder andersrum. Aber das Schöne an der ganzen Sache ist eben, dass diese Flüge alle auf Flightradar ganz normal zu sehen sind und sich meist nur erkennen lassen an einer etwas ungewöhnlichen Flugnummer oder teilweise auch an Flughöhen, die normalerweise mit einem vollen Flugzeug so früh auf der Route gar nicht erreicht werden können. Also da kann man ruhig mal drauf achten, dann findet man da wirklich die einen oder anderen interessanten Flüge. So viel an dieser Stelle dazu, ich hoffe die Frage ist ganz gut beantwortet. Ein großes Dankeschön geht heute noch raus an die ganzen neuen Kanalmitglieder. Vielen lieben Dank für eure Unterstützung, allen voran natürlich Maximilian. Vielen lieben Dank, ganz besonders an dich. Und dann sehen wir uns hoffentlich morgen wieder bei einem neuen Video. Bis dahin, lasst es euch gut gehen und tschüss. Bis dahin, lasst es euch gut gehen und tschüss.